ja hallo ihr lieben und herzlich willkommen was habe ich heute vor ich habe mich schick gemacht und dazu gehören natürlich auch hohe schmue ich habe high heels an und ich bin auf dem weg zu einem schönen schicken leckern brunch das ist sonntag und laufe über kopfsteinpflaster so 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 Untertitelung des ZDF, 2020